Liebe Bottropperinnen und Bottropper, jedes Jahr findet bundesweit rund um den 9. Mai, dem Europatag der EU, die Europawoche statt. Das Datum geht zurück auf den 9. Mai 1950. Damals hat der zu dieser Zeit amtierende französische Außenminister Robert Schumann seine Idee von einem vereinten Europa präsentiert. Diese Idee, die als Schumann-Erklärung bekannt wurde, gilt als Grundstein der heutigen Europäischen Union. Ziel der Europawoche ist es, die Bedeutung Europas für die Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen hervorzuheben. In diesem Jahr möchten wir Ihnen anlässlich der Europawoche mit einem digitalen Spaziergang durch die Bottropper Innenstadt zeigen. Europa ist an vielen Punkten unserer schönen Stadt präsent und erlebbar. Auch wenn man das manchmal erst auf den zweiten Blick sieht. Zu jeder Station wird auch eine Frage mit Europabezug gestellt, die zum Nachdenken anregen und neue Einblicke zur EU vermitteln soll. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Spaziergang, der sehr lehrreich und interessant sein wird. Und alles Gute! Ich schließe mit einem herzlichen europäischen Glück auf!